Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich bin müde. Ich dachte mir, weil ich so lange nicht mehr aktiv auf YouTube war, gibt es jetzt von mir einfach mal, oh, es ist dunkel, ein Day in my life Video. Heute ist Montag, der 15. November und ich fahre jetzt gleich in die Hochschule, weil ich Vorlesung habe. Ich mache mir erst einen Kaffee. Ne, ich ziehe mich erst auf. Das ist der Wight, mit dem wir gehen. Eine beige Jeans, ein hellgrün-dunkelgrüner Pulli und ein Schal mit so grünem Beige. Da ich lange kein Video mehr hochgeladen habe. Da dachte ich, ich erzähle euch einfach ein bisschen, was beim Leben abgeht. Also das letzte Video war ja meine Brustverkleinerung. Alter, ich stehe gerade wie so ein... Und inzwischen bin ich umgezogen. Also ich wohne immer noch in München, aber nicht mehr in der Innenstadt. Ich bin Vegetarierin. Das hat sich auch verändert. Vegetarische Schinken-Ding. Sonst noch was Neues. Ah, wie mache ich das jetzt? Oh, Scheiße. Ich habe eine Hand zu wenig. Gurken, das ist eben eine Scheibe Toast mit diesem vegetarischen Schinken-Spieker oder so heißt der, keine Ahnung. Und mein Latimakier-Tapf. Lol. Es ist schon 40. Ich muss los und ich habe noch nicht mal ein Trinken gemacht. Ah, Kacke. Äh, ich werde so derbe Fußschmerzen bekommen, aber ich glaube, oh, Scheiße. Egal. Klassisches Uni-Outfit. Lieben wir. Ähm, los geht's. Ich bin viel zu spät dran. Mein Gott, ich hasse mich so sehr. Ah, Scheiße. Ich bin da. Tatsächlich noch pünktlich. Also ich habe sogar noch 13 Minuten. Ich warte jetzt noch kurz im Auto. Und dann gehe ich gleich los. Ähm, yeah. Ich habe da zu viel Wasser reingemacht. Das ist ein Chai Latte. Eigentlich echt geil. Ich wollte noch eigentlich mit Hafermilch machen. Ich war früher. Was heißt früher? Vor so ein, zwei Monaten war ich hardcore der normale Milchtrinker. Und seit, ähm, seit so ein, zwei Monaten trinke ich nur noch Hafermilch. Ähm, ich muss mir jetzt dann gleich noch ein Parkticket ziehen. Ach, das ist mir so teuer, ey. 6 Euro. Ich könnte auch auf Risiko parken. Aber ich stehe halt jetzt hier irgendwie 5 Stunden. Und das Risiko, dass ich dann kontrolliert werde, ist schon ein bisschen hoch. Und die haben, glaube ich, die Strafen erhöht. Kann das sein? Ach komm. Holst du dir ein Parkticket? Ich habe einfach mein ganzes Kleingeld jetzt dafür ausgegeben. So kack. Mann. Das ist echt gut. Das hat, ähm, 88.000 Aufrufe. Wunderfällig. Wir haben jetzt die ganze Zeit eine Gruppenarbeit gemacht. Wir haben in der Stunde schon Gruppenarbeiten gemacht. Jetzt mal um mich so anzugucken. Das ist Chiara. Das ist Tina. Darf ich dich filmen? Ja. Das ist Feli. Will ich auch filmen? Ja, wir können. Wir haben aber jetzt gerade Pause. Und dann geht's weiter. Wir haben gerade digitales Produktmanagement. ganz professionell. Ganz professionell. Ähm, ja. Wir haben jetzt Mittagspause. Also wir haben zwölf Uhr, glaube ich. Wie viel Uhr? Zwölf, ne? Oh, erst 20 nach. Wir haben jetzt die Mittagspause. Und wir gehen, ich glaube, zu einem Dönerladen. Wenn wir es hennen, dann können Lausern gar nicht mithalten. Sag dir mal. Ähm, that's it. Jetzt gerade den Döner geholt. Chiara auch. Weil die kosten hier 3 Euro für Studenten. Ja, oder es ist kein Malz. Hast du gesagt? Top. Top. Tschüssi. Oh, mir ist so kalt, ey. Es ist so kalt. Juch. Ich bin jetzt fertig. Wir haben 15 Uhr. Ich muss noch ganz kurz mir für eine Kooperation Sachen raussuchen. Das mache ich jetzt noch. Und dann fahre ich nach Hause. Und dann mache ich mir was zum Mittag. Weil ich habe noch nichts gegessen. Heute ging es, also ich finde, das ging richtig schnell vorbei. Weil wir haben in der ersten Vorlesung vor allem die haben wir normalerweise halt irgendwie so 3-4 Stunden. Und da haben wir recht lange eine Gruppenarbeit gemacht. Und da geht die Zeit immer ganz schnell vorbei. Das ist immer ganz cool. Ich will heute ein bisschen anfangen mit einer Präsentation, die ich in zwei Wochen halten muss. Und sie wird einfach benotet. Und ja, ich habe heute erfahren, dass ich sie in zwei Wochen mache. Deswegen fange ich da jetzt dann gleich an. Da geht es quasi darum, dass wir ein eigenes digitales Produkt designen müssen. Genau. Ah, ich sehe nicht, ob Autos kommen. Ich hasse das hier. Warte, ich fahre jetzt einfach auf gut Glück raus. Oh, da kommt ein Auto. Ich fahre jetzt nach Hause. Dann mache ich mir, weil ich habe noch Grabs übrig. Ich habe so richtig geile, die heißen irgendwie Kürbissterne. Das habe ich gekauft. Das ist halt, ja, keine Ahnung, Falafel mit Kürbis. Weiß ich nicht. Schmeckt richtig lecker. Das habe ich so klein gehackt mit Bohnen und Mais. Und das mache ich mir in meinen Rap rein. Einfach mit Gurken und Tomaten. Und das ist ganz cool. Ich fühle mich, ich werde richtig angestarrt gerade. Egal. Ah, ich mache erst Weihnachtsmusik an. Ihr könnt noch ganz kurz mit mir zu Weihnachtsliedern weiben. Oh, den wäre mir gerade fast reingefahren. Kollege, Vorsicht. Da werde ich aber Fuchst, Heufel ist wild hier. Oh, scheiße. Ach, Alter. Jetzt noch eine Jogginghose. Dann ist es perfekt. Wenn ich weiß, dass ich eh nur zu Hause chill, dann ist es ein ganz klares Jogginghose. Oder beziehungsweise Sporthose. Ich lebe in Sporthosen. Ich habe einfach immer Sporthosen an. Hä, ich check diese Kamera nicht. Doch jetzt filmt sie. Hat die jetzt gerade die vorhin auch schon gefilmt? Naja, falls nicht, ich mache mir gerade auf jeden Fall meinen Rap. Also ich habe jetzt hier meine... Oh, es heißt. Meine Füllung, die ich hier gemacht habe. Also das, was ich euch erzählt habe vorhin. Oh, meine Kamera hat kein Akku mehr. Okay, dann mache ich mir jetzt mein Essen mit Hummus, Gurke, Bio-Feldsalat, Crème Fraîche und Käse. Ein Prachtexemplar. Der ist schön geworden. Der ist schön geworden. Eine To-Do können wir abhaken, Freunde. Jetzt rufe ich noch kurz beim Arzt an, weil ich eine Impfung ausmachen muss. Ich bin ja schon zweimal ge... Wieso muss ich mich immer wieder neu anmelden bei Google? Ich bin ja schon seit Februar geimpft. Das heißt, schon ziemlich lange. Und wir haben jetzt November. Und ich bräuchte jetzt langsam mal die Booster-Impfung. Und ich rufe jetzt mal bei meinem Hausarzt an und frage. Und ich rufe jetzt mal bei mir, ob ich mir die Booster-Impfung geben lassen kann. Besetzt, lieben wir. Wieso ist denn da besetzt, Mann? Ich hasse das. Ich hasse das, wenn es nicht mal eine Warteschleife gibt. Ah! Es ist 17 Uhr. Und es ist stockdunkel draußen. Ich wollte eigentlich... Oh nein. Die Route, die ich gehe. Normalerweise. Ich habe so eine richtig schöne Spaziergeerroute mir irgendwie rausgesucht. Die ist richtig schön. Aber die ist bei so einem Fluss und bei so einem Wald. Und an sich habe ich da echt keinen Stress, da lang zu laufen. Weil da sind immer Leute, die halt irgendwie mit dem Hund Gassi gehen und keine Ahnung. Aber im Dunkeln alleine sehe ich mich dann nicht so. Ich mache einfach einen Spaziergang zum Edeka. Ich wollte gerade sagen, ich versuche Nummer 3. Schon wieder besetzt, eh. Freunde. Ich habe mir jetzt einen Pulli angezogen, einen anderen, damit der Hals ein bisschen frustriert, damit es nicht so kalt ist. Und ich gehe jetzt einkaufen. Ich mache noch eine Jacke. Mir ist vor allem aufgefallen... Ah nein, die wollte ich gar nicht. Das ist jetzt mein tolles Outfit. Genau, let's go. Ich habe irgendwo noch meine Tüten, damit ich nicht... Oh, mein Geld war gebraucht. Damit ich nicht Taschen kaufen muss. Und ich habe hier einen Geldbettel und let's go. Ich habe... Ich habe was gekauft zum Abendessen. Eigentlich wollte ich ja was ganz anderes Abendessen. Ich wollte ja eigentlich diese Reste da, die ich heute Mittag schon gegessen habe, heute Abend noch mal essen. Aber ich habe Reis gekauft und so eine Ananas-Creme, so eine süß-sauer-Ananas-Creme. Und das könnte, in meinen Vorstellungen, sehr, sehr, sehr geil schmecken. Ich bin mir halt noch nicht ganz sicher, ob ich darauf wirklich Bock habe. Aber... Aber ich denke schon. Oh, ist das schwer. Das ist das, was ich ausprobieren will. Süß-sauer-extra-Ananas. Klingt gut. Reis, weil... Dazu, ne? Die Übung 45 Sekunden ausführen und zwischen den Übungen haben wir 15 Sekunden Pausenzeit. Ich weiß jetzt nicht, ob man... das Workout nennen kann, was ich da gerade gemacht habe. Ich habe jetzt gerade... Weil ich habe die ganze Zeit geskippt eigentlich. Ich habe jetzt irgendwie 15 Minuten aktiv Sport gemacht. Aber jetzt nicht wirklich stark. Ich hatte jetzt auch nicht so Lust, um ehrlich zu sein. Ich mache mir jetzt irgendwas, was ich dann während dem Lernen essen kann. Ich habe irgendwie doch nicht mehr so Lust auf dieses Reis mit süß-sauer-Ding. Oder doch? Ich habe doch mehr Bock auf den Salat. Und ich mache jetzt einfach meinen Salat mit den Resten, die ich eh schon gezeigt hatte. Also, mit diesem Erbsending und Kidneybohnen und so. Und ich räume noch ein bisschen auf. Ich habe mir aus Versehen viel zu viel gemacht. Das ist halt Salat mit Tomaten, Karotten, Gurke, Feta und halt hier die Reste. Das sind Vegi-Würste und halt Bohnen mit Mais. Richtig authentisch. Jetzt hier auch mal eine andere Seite. Wir haben... 10 Uhr. Und ich habe gerade mit meiner Mom telefoniert. Und wir haben sich gestritten. Aber ich bin immer... Ich bin ein emotionaler Mensch. Und wenn halt so Sachen sind, die halt irgendwie... Es sind... Ich weine sehr schnell. 20 Minuten später und das ganze Drama ist vorbei, weil sich meine Mom falsch ausgedrückt hat. Herzlich willkommen in meinem Leben. Hier läuft alles immer perfekt. Ich glaube, das macht jetzt nicht mehr so viel Sinn, dass ich jetzt lerne. Vielleicht war das auch einfach mein Ziel dahinter. Man munkelt. Ich muss echt unbedingt anfangen zu lernen. Aber ich habe heute auch gar keinen Bock. Also, ich habe in zwei Wochen meine Präsentation. Ich kann euch mal ein bisschen zeigen. Das habe ich ungefähr für meine Präsentation schon klar. Da und hier. Klar ist es nicht viel. Aber immerhin etwas. Ich würde sagen... Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich schneide jetzt dieses Video. Ich habe mir gerade auch noch einen Tee gemacht. Das heißt, ich werde jetzt genüsslich meinen Tee probieren. Und meine Lampen schrotten. So ein Herz wehr hat. Ich hatte sicher die Lampe anfasst, gell? Ich will diese Chips noch probieren, die ich gekauft habe. Die wollte ich unbedingt mit euch probieren. Diese Kichererbsenchips. Die schauen so aus. Irgendwie ist es zu scharf. Ein bisschen. Scheiße. Ich kriege das nicht auf. Oh mein Gott, ich will das jetzt aber essen. Oh. Ey. Das ist geil. So Friends, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Dann weiß man immer so, okay, soll man mehr Videos machen oder eher nicht so. Schreibt mir auch sehr gerne in den Kommentar, was für Videos ihr sehen wollt. Was euch so interessiert. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder schreibt einfach alles in die Kommentare. Aber seid nett. Immer nett sein. Sonst findet ihr mich auf TikTok und auf Instagram. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder sonst irgendwas, könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram schreiben. Wenn ihr Bock habt auf mehr Videos, dann sehen wir uns nächste Woche. Dann gibt es einmal die Woche ein YouTube-Video. Wenn nicht, dann nicht. Ja, aber wenn ihr Bock habt, dann sagt mir Bescheid. Und wir sehen uns nächste Woche vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sonst sehen wir uns auf Instagram und auf TikTok. Bis dann. Tschüssi.